Uuuuuh Moi Leute Uuuuh Start wieder Neue Waffe Kf2 Ich hab mich schon richtig auf die Waffe gehypt Es ist eine Bürstwaffe Es ist absolut krank Leute Ich hab richtig viele Kills mit der Waffe in der einen Runde gemacht Dann hab ich danach noch ne Runde für euch mit ner Nuklear Bleibt auf jeden Fall dran Das ist extrem krank Alter Wie die Gegner niedergemäht werden Bro Ohne Mist Ihr habt null Rückstoß Ihr müsst keinen Griff spielen Das sieht aus als würde sich die Waffe gar nicht bewegen wenn ihr schießt Die Waffe könnte locker eine der besten Waffen im Game sein Wenn nicht sogar die beste Die Time2Kill ist einfach abnormal Sie hat standardmäßig ein extrem großes Magazin Und wie gesagt null Rückstoß Das klassen Setup gibt's zum Schluss Ich hab zwei verschiedene Varianten der Waffe für euch Ey und Leute wenn ich euch beim Skippen erwische Dann komm ich zu euch und versuche euch richtig den Hintern Bleibt auf jeden Fall gespannt Smash den Like Button Und gebt sicher dass ihr abonniert seid Viel Spaß mit dem Video Peace Noh 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 oh ich bin nicht Oh mein Gott, da kommen sie leider. Uh, das war close. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube es von den Flippen. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Oh, ich habe nie. Alter. Kurz chillen, kurz chillen. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich habe mich selbst mit dem C4 von den Typen hochgejagt. 28er. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, ist zu gut. Oh mein Gott. Ist zu gut. Na fuck, ist zwar schlecht. Hätte ich nicht die ganze Zeit zu clotschen dürfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. um holy shit Nein, 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 nein. Ja, kommt, 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 kommt. Oh, 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 vor dem muss ich mich immer in Acht nehmen, der ist so mein Kopf drin, dieser Typ. Der hat mich auch schon mit dem C4 hochgespielt. 24er schon wieder. Das hat jetzt schon fast eine Double sein können. Das muss ich klauen, bitte. 25. Schon zwei Nukes gejogt. Wo denn? Wo seid ihr denn? Oh, leider. Weg. Oh mein Gott. So, das war gerade lächerlich, da einfach nur ein Kälter kann man. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Müssen B nehmen, oder? ich rasiere hier so rein und dann chopp ich die ganzen nix 6 Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte. Ich spiele das Lust über den und dann immer die Tode. Alter. Kommen, einen Mitz. Das ist nicht mehr. Alter, seht ihr das? Was ist jetzt los? Was ist denn hier los, Mann? Alter, was ist denn jetzt los, Bro? Okay. Das Glasbundschutz wieder nach. ich hab gerade glaube ich kalt das ist wirklich Uhrmaschinen nur gerade einfach nur Schaut Nein und sind die nicht wirklich Tiefflüger wir haben nicht wirklich jetzt einen Tiefflüger auf der Karte Bro 144 14 Keine Nuke zweimal brutal in der ersten Halbzeit so die zweite Halbzeit war ein bisschen sehr chaotisch dann muss ich sagen die sind jetzt in einem externen werden vorne mal reingepusht das sind irgendwie anbauen das sind irgendwie hergeflucht das war echt nicht gut Ich hab doch mal du quitte war 2 2 2 4 Scheiße Spawnschutz, Alter. Alter! Bip! Okay. Oh fuck. Oloj, oloj. Oloj, oloj. Oh nein. Bro. Nein, die haben Trophy. Oh, Nuke. Jawohl. Komm, Gunstrick. Ich will Gunstrick machen. Dr. Tornado, Alter. Nein. So, Leute, jetzt gibt es wie versprochen das Klassen-Setup. Eigentlich genau die beiden Varianten, wie ich die Waffe gespielt habe. Beide sind absolut krank, ihr habt es ja gesehen. So, die erste Variante. Hier wollt ihr den Schalldämpfer spielen, um nicht auf der Minimap gesehen zu werden, wenn ihr schießt. Wollt ihr nicht den Agency spielen, weil ihr euch viel zu viel Projektilbeschleunigung raubt. Dann, dieser Aussatz ist absolut krank. Der Einsatz-Team-Lauf, ich sag's euch, 5% mehr Schaden. Das ist ja schon krass, 13% extra Feuerrate. Junge, ihr wollt mich verarschen. Damit könnt ihr die Gegner so extrem fucking schnell droppen, ich sag's euch. Dann habe ich in dem ersten Gameplay das 75-Schuss-Magazin gespielt. Damit geht euch die Munition so gut wie nie alle. Und wenn sie alle ist, ist das Magazin instant wieder nachgeladen. Dann, wie immer, die Luft- und Lastenumwicklung für extra 30% zur VZ-Dauer. Und den letzten Schaft, damit ihr schneller aus dem Sprint ins Schießen kommt und mehr Lauftempo beim Zielen habt. Für die zweite Variante, Leute, nehmt ihr einfach das Magazin runter und tauscht es gegen ein Visier eurer Wahl aus. Ich kann ja bloß immer wieder das Mil-Stop-Reflex-Visier empfehlen. Das ist meiner Meinung nach eines der cleansten Visiere. Ihr könnt aber auch jedes andere spielen, je nachdem, was ihr bevorzugt. Das macht keinen allzu großen Unterschied. Folgt mir unbedingt auf Twitch, da wird morgen Abend ein Livestream stattfinden, wo ich mit Followern spiele. Also geht auf jeden Fall sicher, dass ihr mir folgt, damit ihr auch mit mir zocken könnt. Hier oben, Klassen-Setups-Playlist, falls ihr noch mehr geile Waffen in Cold War braucht. Abonnieren, liken, Leute, kommt schon. Das braucht keine zwei Sekunden. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin extra Deutsche. Ich bin raus. Tschüss.